So, servus YouTube und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von, äh, macht das Fenster zu LP, ne Spaß, ähm, Let's Plays 4.2 Project Origin. Und wer den Vorgänger nicht gesehen hat, oben rechts, nein, oben links ist der Link zum vorigen Teil, oben rechts ist der Link zu einem anderen Let's Player, der den ersten Teil von dieser Reihe spielt und unten in der Videobeschreibung ist der Link zur Playlist. Und wir machen direkt weiter. So, was waren unsere Aufgaben nochmal? Unsere, ah ja genau, nehmen sie Auris Tee ins Sicherholz-Giwaza. So, ich muss das X zum Feuermodus wechseln. Alles klar. Top, ich bin jetzt oben. Alles klar hier. Heute auch Zeit, versuch Stokes und Becke zu erreichen. Okay. Ich komme auf. Oh, Granaten. Granade. Oh, da kommt Stuhl, die flogen. Granade. Ich will mir ein bisschen die Munition sparen. Oh Gott, die Steuerung ist so unglaublich sensibel, hey. Ist er nicht irgendwie so ein... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Alter Schwede, das war ja... Awesome reaction, hey. Hier, einmal hier, ich bin ein armer YouTuber, da gib mir Money. Ach, scheiße. Guck mal, das Spiel? Nein. Schade, in Max Payne... ...zwei? Oder was? Max Payne drei? In einem von den Max Payne-Teilen... ...kontest du auf dem Klappen hier rumklempern. Das weiß ich noch. Uh, ist auch kurz hier denn so. Wir müssen hier dann lang zerfix... ...das ist auch nix. Ah, jetzt natürlich, ist wahrscheinlich zu. Jawohl. Kühler. Ach, oh Gott, ich bin blind. Leute, das hab ich jetzt gar nicht gesehen. Mensch, ihr müsst mir das in die Kommentare schreiben, wenn ich was übersehe. Sonst seh ich das doch nicht. Was sind wir denn hier? Eine Granate. Granate! Boom. Komm, schmeiß mal runter den Scheiß. Stopp, Alter. Ey, was, Alter? Das war doch mal voll in den Kopf geschossen. Die verlieren voll selten Granaten. Das ist scheiße, weil Granaten sind nämlich hier... ...unglaublich stark, hab ich das Gefühl. Jawohl, Medikid. Medikid! Medik! Was, 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 was? Was war das? Was zum Geil war das? Schon mal dran, doch, dass die alle bei mir sind, ihr Flachzang. Meine Fresse. Zack, zack. Ich hör doch irgendwas. Ich hör doch hier irgendwo schritte. Ah, da oben. Stirb. Du Verräter, stirb. Oh mein Gott. Alter, ich wäre jetzt fast auch runtergefallen. Man kann nicht einfach speichern, das ist ein bisschen blöd. Oh, renn, 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 renn. Wupf, wupf, wupf. Ich bin geduckt. Wo steh ich denn? Wo steh ich denn jetzt grad drauf? Loll. Lüftungsschächte, Leute. Ich hasse die. Was, 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 wo? Was, was? Achso. Boah, Alter. Oh Gott. Guck mal, auf der Waffe ist ein Knicklichter. Ist das nicht. Ich bin weg. Tschüss. Ich, äh, ich schick, äh, jemand anderen schick ich dann, äh, hierher, ne? Ich, äh, nö. Ich werde eindeutig, äh, zu unterbezahlt, um diese Tätigkeit auszuführen, auszuführen. Und deswegen werde ich mich knallhart weigern. Okay, gut, okay, einer muss es ja machen. Ah, flackernde Lichter. Ist das nicht schön? Schön rot. Oh Gott, Alter. Ich hab grad ultra Gänsehaut. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Oh. Bin ich jetzt erschrocken, alter Schwede. Du blödes kleines Mischviech. Wo ist er? Wo ist er denn? Oh. Ah. Ah. Wo ist er denn? Wo ist er denn hin? Oh, ich hau ab, Alter. Ich hau ab. Oh, was ist jetzt los? Oh mein. Oh Gott. Hallo. Oh. Scheiße. Das sind sehr viele. Geht in den Hauptschlafraum. Dort ist eine verborgene Tür. Mist. Jemand stört das Signal. Was? Da ist er ja. Da warst du doch. Wo ist er denn jetzt hin? Du kleines Kack. Ich höre Fußstapfer. Das heißt, dass da vorne irgendwo menschliche Menschen sind. Die Panzerung ist voll. Oh, die schleicht sich bestimmt gleich wieder von hinten an mich an, Alter. Ich sehe es doch jetzt schon kommen. Sieht aber schön aus hier, hey. Mann, hat es mich jetzt gerade gerissen, hey. Klo, klo. Klo. Wie habe ich jetzt den Slide gemacht? Keine Ahnung. Alte Schwede. Gott, ich bin eindeutig zu alt für solche Spiele. Mein armes Herz, ey. Mein armes Herz. Okay, da ist einer. Wo, 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 wo. So, Kollege. Nicht mit mir, Freundchen. Hedgehot, Alter. Hedgehot. Jetzt. So, ich höre hier aber immer noch irgendwo einen rumgammeln. So, was haben wir denn hier? Kündigung. Kündigung schreiben. Ja. Du bist auch entlassen. Kommen wir hier nicht raus? Schade eigentlich. Ist auch nix, nix, gar nix. Kein anderer Schocker. Oh Gott, mir sitzt das jetzt gerade noch ziemlich in den Knien. Kunst. Oh. Skid. Bitch. Hä? Sagst du nix mehr von hier, ne? Oh. Oh ja, Alter. Ich dachte schon. Meine Fresse, ey. Hörst du das? Hä? Hä? Ich werde das Ding noch nicht anlagen, weil ihr wisst, was am Anfang vom Spiel passiert ist, wo wir das Ding angelangt haben. Mhm. Ja. Müsst ihr es noch? Da kam nämlich die alte... Äh, was war da? Oh, das war ein Pissen, Alter. So, mal Runde spielen. Zack. So, erstmal alles kaputt war. Okay. Oh mein Gott, ich werde es bereuen. Sie sagen, ich soll meine Tochter einsperren. Du hast es gewusst. Wir wussten es beide. Besser ist es. Hey. Cool. Hier ist eine Geheimtür. Ach so, hat es ja gesagt. So, Hinweise, bla bla bla. Viel Glück. Back, change. Warte mal, war das nicht da? Genau. Wow, warte mal, warte mal. Wieso hängen hier Bilder von uns? Und warum ist der, der am Anfang mit mir in den Bus drin geguckt, war? Wieso sag ich Bus... Ah, ah, da ist er, da ist er. Das ist Alma. Ah ja. Die Holze will, ne? Oh, junge Frau, sie dürfen mich nicht so erschrecken. Sie und ihr Team sind fast hier rüber runtergeballert. Einmal. Genau. Oh Gott, das ist sie. Dieser Sturkopf hat uns wahrscheinlich eben umgebracht. Oh, was geht jetzt ab? Gucken wir mal, stimmt hier nicht. Oh. Das ist nicht gut. Oh Gott, ich krieg schon wieder Kitzel auf, Leute. Das war sie, glaube ich, gerade. Da ist sie, da ist sie. Hinterher. Aber die Kleine kann uns nämlich nichts haben. Hey, Alma. Sehr sprunghaftes Mädchen. Alter, was geht denn auf einmal ab hier? Sie ist jetzt eine Frau. Und weiß es nicht einmal. Ja, das ist natürlich super, wenn man das nicht weiß, ne? Wo denn? Ist die nackt? Hallo? Ein bisschen mager, ne? Wow. Wow. Heilige Scheiße. Ja gut, und dann würde ich sagen, vielen Dank. Das war 4-2 und wir sehen uns bei 4-3, ne? Schuss. Ne, Spaß, Leute. Das wäre hart gewesen, ne? Ein Part, ne, zwei Part. Und schon ist 4-2 Ende, ne? Wow. Ziemlich beeindruckend. Aber auch ein klein wenig angsteinflößend. Wer seid denn ihr? Wir haben wenig Zeit. Okay. Gut, dann würde ich sagen, hier mache ich einen kleinen Schnitt und ich sage schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.